Was ist das? Jetzt ist es weg. Fang an! Komm her, ich bin noch da. Ah. Au. Und herzlich willkommen zum Abschieben von alten Männern. Oh. Hops, hops, hops. Bei und ob. Hoppla, hopp. Scheiße, du hast es wieder getan. Mit Absicht. Oh. Zu früh gesprungen. Ich bin ein früher Springer. Oh. Ich bin runtergefallen. Jupp. 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 Wie komme ich da jetzt hoch? Ich komme da nicht mehr hoch. Ich komme da nie wieder hoch. Wie hast du das gemacht? Wieder ein paar Stunden. Du? Das ist ein easy Sprung, come on. Ich komme nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Du bist doch da. Ich finde, du kommst da nicht durch. Echt? Oh. Jetzt bin ich runtergefallen. Ich komme da durch. Oh, ich komme hier durch. Ja, du. Du bist ja auch ein kleiner Furz. Das ist ja cool. Ja, jetzt müsstest du. Kommst du denn da hochgesprungen? Ja, ja. Nee, alleine nicht. Du müsstest mir dann da mal eine Plattform bringen. Spieten? Spieten. Spieten mir eine. Boah, das ist so mega binett, dass das Kopf über ist. Kommt da halt so mega gerade nicht drauf klar. Und vor allem, wie nah die Kamera ran. Oh. Guck dir das mal an. Das wird ja richtig kompliziert hier. Ja, deswegen. Die Kamera zoomt mir viel zu nah dran, Alter. Warte, geh da mal weg. Geh mal rüber. Warte. Ich bin da drüben. Ich gehe hier hin. Geh weiter. Ich gehe hier hin. Jetzt müssen wir die andere Seite. Ich bin sehr erfreut, wenn die Kamera etwas rauskommt. Was ist das? Scheiße. Oh! Hehehe, hast gedacht. Oh. Na, scheiße. Zu spät gesehen. Boah, ich glaube, die können sich gegenseitig zerstören, oder? Du, wenn wir... Ich hätte unten lang gehen müssen. Oh, jetzt bin ich ja hier drin. Ich habe die ganze Zeit nach oben geguckt. Ach du Scheiße. Warte. Wie bist du da hochgekommen? Warum komme ich da nicht hoch? Ich bin auf dich raufgesprungen. Ach so, das habe ich nicht gesehen, weil ich rüber geguckt habe. So. Spring rauf auf mir. Das bringt dir einen von vorne nicht. Du musst ja auch nach da unten kommen. Ja, das ist mir doch egal. Hauptsache, du bist erst mal weg. Nein. Ja, ich habe keine Ahnung, Alter. Ja, wir... Du musst jetzt herkommen, irgendwie. Ja, aber wir kommen ja nicht beide hier rüber, über den Dicken. Ja, ja, dann musst du halt kurz warten. Dann musst du es ja einen anderen Weg geben. Ui. Du hättest mitspringen müssen. Stopp. Sonst kommen wir ja nicht rüber. Wir müssen immer zu zweit springen. Geh rauf. Auf. Oh, scheiße. Ja, ich spiel mit Controller. Das geht besser. Oh, oh. Oh, Gott. Eins, zwei, drei. Alter, du musst doch... Nein, ich wollte dir... Lass mich mal springen. Warte. Wo macht man das? Du musst doch springen. Warum springst du denn? Ja, die hätte mich erwischt. Ich habe Angst. Alter, ich bin ja extra zur Seite gegangen. Oh, 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 oh. Ups. Warum springst du denn nicht? Warum denn? Ja, warum soll ich denn? Dann wäre ich doch niemals rüberengekommen. Dann lass doch erstmal diesen einen Vogel darunter klatschen, bevor ich da springe. Der ist sackt mich doch aus der Luft weg. Oh. Jetzt geh. Bewege deinen Arsch. Hab Angst. Hui. Wenn du mich jetzt springen lässt, verkacke ich das. Warte doch, warte bis der jetzt runter kommt Jetzt, jetzt können wir machen Ja, nicht so Warum springst du denn nicht? Ja, dann wäre ich nicht rüber gekommen Ja, du musst dann gleich springen Sagst springen, ich springe Bleib sitzen Lass nicht unten sein Gut, du willst unten sein? Dann musst du doch mal gehen, mal einen Schritt Kein Bock mehr die Arbeit Jetzt springe ich auf die Grau Ich zähle dann runter, ja? Ne, so nicht So, 3, 2, 1, go Aber ich habe es geschafft Ja, wie es das geht Du bist so rund, deswegen rutscht man da runter Deine Glatze ist so glatt Oh, das war knapp 3, 2, 1, go Ne, das bringt nichts Aber ich komme ja dann Ich darf nicht zur Seite springen Ich muss einfach nur hoch springen Du musst dann alles machen Ja, ich muss dann auf jeden Fall in das andere Ende rein Da, da hatten wir keine Chance Perfekt Oh, der Hund Ah, ich dachte, du hüpfst rüber Ne, ich musste da jetzt kurz weg Da wäre ich gestorben Einfach nur hoch Du brauchst ja einfach auch Du musst ja nur hoch hüppen Du musst ja nicht rüber hüppen Das war Quatsch So, jetzt ganz ruhig Sag dann an, wenn du 3, 2, 1, go Ah, fuck Ich springe immer zu weit mit dir nach rüben Ne, du brauchst gar nicht Du musst nur hoch springen Ja, mache ich jetzt auch Achso Ja, jetzt ist es egal Jetzt ist es egal Oh Jetzt habe ich nicht reagiert Jetzt ist es egal Ich reg mich heute nicht auf Ich habe einen Nerv weniger 3, 2, 1, go Ich kann mich gar nicht stören lassen Hast du das gesehen? Sei stolz auf mich Oh, oh, scheiße Den habe ich nicht gesehen Oh, ist das fies Aber wir haben den Plan Sag wieder an 3, 2, 1, go Ah, fuck Bin zu weit gelaufen Ja, nicht so schlimm Das ist man ja gewohnt Wenn man sich das hier anguckt Bei uns Ich stehe mit einem Fuß 3, 2, 1, go Das ist überlieb Oh, scheiße Oh ja So ungeduldig Anstatt zu warten, ne? Aber Ja, warum tust du es denn? Ja, weil ich dachte Du musst dann da so lange leiden Alleine Ja, dann leite ich da halt Aber mindestens überliebst du 3, 2, 1, go So, jetzt lass mich Ihnen hier runterkommen Mal weg Ah, scheiße, warte So geht's Jetzt müsstest du dasselbe da oben machen Bei ihm da Ja Oh Da kann ich ja gar nicht Ich konnte ja gar nicht reagieren Ich habe den Klöppel bewegt gehabt Aber meine Figur hat sich nicht bewegt Stehe runter von mir Gehe runter Gehe runter Jetzt lebt damit Nö Wenn es gar nichts mehr Ich mache jetzt gar nichts mehr Nö 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 Ja Huu Selbstwort Apropos Selbstwort Ich habe letztens Ne Folge Family Guy geguckt Oh, das ist aber ein ernstes Thema Eigentlich Nein, also Ah Ich denke, du hüpfst Nein, jetzt habe ich doch was gesagt Ja, na, du sappelst die ganze Zeit Da weiß man nicht, ob du was sagst Ne, das war Gut, ich verlasse mich jetzt drauf Das war Family Guy Family Guy ist ja sowieso für seinen Merkwitting Humor bekannt Drei, zwei, eins, go Scheiße Der Family Guy ist ja sowieso für den Merkwitting Humor Sehr merkwürdig Und Da war dann irgendwie das Thema Dass Peter Übrigens drei, zwei, eins, dos Dass Peter mit einem Messer Ins Wohnzimmer gegangen ist Und dann Los gesagt hat Warte, warte Was passiert jetzt, wenn ich mir mit dem Messer die Kehle aufschneide? Oh, da kann ich ja gar nichts machen Wie soll ich denn das machen? Das hat mich Ja, ich habe Ich mache das schon die ganze Zeit Na, deine ist aber viel höher Guck doch mal, der Abstand Dann lass mich springen Wenn du meinst, das macht einen Unterschied Ja, das macht einen Unterschied Der Weg ist länger Weil man sich nicht bewegt Na komm jetzt Und dann hat Peter halt los gefragt So, ja, was würde passieren Und dann hört man Ich trau mich nicht Und dann hört man Die Tochter Meg aus dem Nebenzimmer so Seitwärts für Aufmerksamkeit Horizontal für Ergebnisse So, weißt du? Ja Aha Du meinst jetzt den Schnitt durch die Pulsader Durch die Halsschlagader Achso Oh Die Reflexe eines alten Mannes Du solltest bei Dota spielen Nee, bloß nicht Werde ich nachher auch so ein Süchtling Nee, er reagiert nicht Nein, ich bewege den Klöppel Aber er reagiert nicht Dann spiel doch einfach Hits mit Pasta Nein Ja, ich weiß Sonst kriegen wir das ja jetzt nie fertig Jetzt beginnt er selbst Du hast mich angeboten Ja, komm Ich schub's nicht weg Ja, das tut da aus So, jetzt spielen wir ordentlich So, komm, wir versuchen's jetzt nochmal Jetzt muss ich warten Drei, zwei, eins Fuck Ich hab mich Ich hab jetzt gar nicht zugeguckt Ich hab jetzt nur zu mir geschaut Naja, alles gut Ich hab keinen Fehler gemacht Ich hab aber jetzt einen gemacht Ich bin zu früh runter Ich dachte, ich schaff das Ich dachte, ich schaff es Aber ich hab's nicht geschafft Was lernt man bei Dota auch? Was, das nicht zu schaffen? Ja, ne Ob man das schafft oder nicht Ja, deswegen will ich den ja nur vorsichtig bewegen Ja, dann dive ich in den Tower Weißt du Und sowas macht der halt nicht Der denkt sich halt so den kriege ich Eins, drei, zwei, eins und los Und dann dive der halt rein Weißt du Aber Das Problem an der guten Jetzt zeig mal deinen Skill übrigens So So, und jetzt müssen wir ihn hier noch wegmachen Komm mal runter zu mir Ja, siehst du, geht doch alles, ne? Mit etwas Übung Warte Obwohl, komm mal runter Warte So Und jetzt Was hast du jetzt vor? Achso Bring Du Du musst den baiten, ne? Ja, ich Bait den Da komm ich jetzt auch nicht weiter Ja Scheiße Doch mit deiner Hilfe Ja, aber ich Aber du kommst ja jetzt nicht weg, ne? Ich komm da ja nicht Ich komm hier da nicht hin Wie wollen wir das denn? Warte mal Komm mal Komm mal zu mir runter Ich will dir mal Hier Hier oben Ich kann dir ja wieder helfen Geh mal Das war jetzt Blödsinn Da ist so eine Plattform Da kommt man aber jetzt nicht mehr rauf, ne? Wie soll ich da hinkommen, ne? Da hätte man Schwung holen können Verstehst? Hm, jetzt müssen wir den hier erstmal loswerden Komm mal Stell dich mal hier hin Das ist erstmal auf Wir typen auf Spring mal In 3, 2, 1, los Ne, reicht nicht Ja, das reicht aber um Wir müssen diesen da loswerden Den Dicken könnten wir rüberkommen Wenn wir von da oben springen Aber hintereinander Nicht beide zugleich Der Kleine muss weg sein Guck mal, er kommt jetzt her Warte, 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 warte Er kommt jetzt her Jetzt geht der Kleine wieder weg Und der Dicke ist noch nicht da Jetzt könntest du springen Jetzt machst du den Dicken weg Warte, jetzt warte ich Warte, 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 warte Ich warte erst, bis er abhaut So, jetzt Geh doch Hier kommst du nur durch Hier komm ich durch Das hat doch auch wieder einen Grund Einige Scheiße Ne, ich muss oben springen Heilige Zorellpaste Du, ich muss oben stehen So, und jetzt kann ich hier mit Schwung durch Und das hat mir jetzt hier gebracht, ne? Dann hättest du da hin können Und dann hättest du so Ja, genau Den hab ich gar nicht gesehen Oh, 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 oh Nein Lass uns sofort von da oben springen Ja, ich komm doch jetzt da nicht hoch Ich brauch deine Glatze Oh Jetzt musst du ja wieder Das heißt Ja, ich weiß auch nicht warum Warte mal Ne, du spring mit mir Hallo Warte mal Ich hätte in die andere Richtung gehen Beziehungsweise sag mir, was du machen sollst Ich bin gleich da Wo bist denn du jetzt? Du musst mal runterkommen zu mir Damit ich hochspringen kann Eventuell auf einer Auf einem großen Suchmaschinen-Netzwerk So, ich bin jetzt unten Und was machst du da jetzt? Schaff ich nicht Bleib mal unten stehen da einfach Das hättest du geschafft Easy peasy Ja, jetzt schaff ich das nicht Hab ich Zu weit Der ist so schmal Bleib doch mal da stehen Ne Ich muss doch da irgendwie Du willst ja einfach unten stehen Du machst das schon Ja, das meinte ich ja die ganze Zeit Dann kannst du dein Suchmaschinen-Netzwerk besuchen So, und jetzt bin ich hier Und jetzt soll ich Schwung nehmen Und nach oben gehen Oh, scheiße Das kostet 33% reduziert Ja, ich hab Ah, der Darf nicht zu doll Ja, ich hab Gelesen, dass sie heute Verkaufstage haben Da wollte ich eigentlich noch nach gucken Wie viel kostet's denn noch? Oh, ich hab ne Freundschafts-Anfrage Du, wie viel kostet's denn noch? Leute, ich hab grad mal Äh Vielleicht auch nicht ganz Aber ich bin hängen geblieben mit dem C Vielleicht war das der Grund Oh, scheiße Ich hab Erzähl Ich hab mir gerade mal die Reviews Zu Far Cry Primary Eingeguckt Die sind nur ausgeglichen, ne? Guck mal, das schaff ich nicht Hast du gesehen? Komm da nicht rauf Hey, wie gesagt Ich bin gerade Ja, ist doch gut Ich bin jetzt hier aber Beim Spiel bei Guck mal Wenn ich jetzt von hier oben Spring Der springt nicht hoch genug Oh Gott Verdammt Was war das? Hör mal auf Hier mal so ne Striche zu machen Ja, ich weiß, es kommt Ja, das war, wenn ich wieder reintoppe Ja, ja, warte Ist nicht weiter schlimm Ich will noch mal was probieren Ah, scheiße Wenn man steht Du meinst, das reicht nicht Wenn du da oben stehst Ja, jetzt machst du da So einen grünen Schmatter davor Jetzt seh ich doch nicht Wo ich hin muss Ja, ist ja gut Warte Nee Guck mal, der kommt nicht hoch genug Siehst du das? Ja Was ist eigentlich Wenn ich da weitergehe Da komme ich auch nicht weiter Ne, da komme ich nicht weiter Da kommst du nicht weiter? Nee Hast du bei Far Cry eigentlich diese Apex Edition oder die normale? Ich habe die normale Oder was meinst du jetzt mit Apex Edition? Ja, es gibt irgendwie noch mal halt diese Bonus Apex Edition Wo man halt irgendwie noch mal drei extra Missionen hat Ja, das war die Vorbestellige Dings Nein, das kann man immer noch kaufen Ja, das habe ich aber nicht gekauft Erstmal würde ich ja wissen wie das Spiel ist Das kann ich mir ja immer noch kaufen wenn ich das möchte, ne? Nein Nein? Warum nicht? Also bei Steam sehe ich nur das normale Spiel oder das normale Spiel mit Apex? Ich habe das auch nicht bei Steam gekauft Ja, aber Ja, aber ich finde auch zum Beispiel auf Planet Key Ich war bei Uplay kannst du es kaufen Habe ich aber nicht Habe ich jetzt, ne? Also ich konnte es kaufen Nur die Apex Nein Wenn ich das Spiel habe Ja, habe ich doch gerade gesagt Nur die Apex oder was? Ja, ich weiß ja nicht dass du weinst dass man nur Wozu soll ich das kaufen wenn ich das Spiel nicht habe Verstehe ich jetzt nicht Oh, wenn man das Hauptspiel Alter Wenn man das Hauptspiel hat und dann sich diese drei Bonus-Missionen holen möchte Ja Ich habe das Gefühl Das funktioniert nicht Ja, ich habe auch das Gefühl das funktioniert nicht Kedos 15 ist online steht hier Vielleicht musst du ja auch durchspringen Ja, ich kann ja nicht durch das Doch, du kannst aber dann da oben hoch Du kannst doch hier durch Wenn du jetzt von von guckst du überhaupt her? Wenn du jetzt von da mit Schwung springst und dann da durch dann kommst du da oben hin Ich weiß mal nicht ob das Sinn macht aber Ja, aber wie soll ich dann nach da unten kommen? Achso Wenn du zu mir kommst dann kommst du erstmal auf den Vorsprung So, und ich kann ja hier durch So, jetzt bist du da oben Und ich kann hier unten lang Aber das bringt auch nichts weiter Ich komm da nicht weg, ne? Komm mal mit So weit es geht Ja, ich komm nur bis hier Weiter komm ich nicht Das reicht mir Achso Das reicht nicht Warte mal Bis zum nächsten Mal